An der 5. Station meiner Ausbildung zum Cowboy bin ich heute zu Gast bei der Seilerei Herzog. Der Firmeninhaber Guido Herzog zeigt mir, wie ich eine Schlaufe in eine Kauberstrecke ziehen kann. Gehen wir doch gleich rein. Guido Herzog erzählt uns zuerst etwas über seine Firma. Ich bin stolz, die Seilerei Herzog in der 3. Generation Herzog zu führen. Im Jahr 2010 durfte ich die Seilerei von meinem Vater übernehmen. Schon als kleiner Junge habe ich die Faszination der Seilung kennengelernt. Schon im Kindergartenalter habe ich viel von meiner Freizeit in der Firma verbracht, noch am alten Standort, wo unsere Wohnung und der Betrieb am gleichen Ort waren. Wir bieten Beratung von ihrer Idee bis zum fertigen Seil an. Wir produzieren unsere Seile an unserem Produktionsstandort hier in Willisau und sind stolz auf unser Label Swiss Made. Herr Blümli, der die Ausbildung zum Cowboy macht, wird bei uns im Betrieb lernen, wie man einen Schlaufe in einen Bindestrick einarbeiten. Der Guido Herzog instruiert mich jetzt, wie ich selbst einen Kälberstrick herstellen kann. Weiter Guido. Wir müssen hier abmessen und drängeln, einstecken und kontrollieren. Ich schaue dem Guido Herzog genau zu und versuche mir die einzelnen Schritte einzuprägen. Bei ihm sieht das ja gar nicht so schwierig aus. Mal schauen, ob ich das auch hinbekomme. Ich versuche das nachher zu machen. Abmessen bis zum schwarzen Streich. Dann einstechen. Wie vermutet, ist das Ganze doch ein bisschen schwieriger, als es auf einen ersten Blick ausgesehen hat. Mein Fingerspitzengefühl ist gefordert. Ich brauche noch einige Hilfe von Guido Herzog. So an dieser hinten durch! Nein? Diese hinten durch! Dann kann man sie wieder abnehmen. Und durchziehen! So habe ich schlussendlich meine Schleife doch noch h결flicht. Das Ganze braucht halt noch ein wenig Übung, mit jedem Versuch gelingt es mir ein wenig besser. Bis zum Schluss habe ich einfach ein wenig im Kopf, wenn das Wellen-Arbeitsschritt kommt und kann das Ganze schon fast selbstständig ausführen. Die 5. Station meiner Ausbildung ist abgeschlossen. Den Kauberstrick habe ich hergestellt. Nächstes Mal kommt das Finale. Ich gehe kuhhart zusammen treiben.